wir müssen immer noch diesen blöden Schatz finden und der wird mit Sicherheit auch hier irgendwo in diesem Gebiet sein aber ich weiß halt nicht bei Welfenstein da sein soll das können wir eigentlich auch mal einen Angriff nehmen wir gehen mal auf Schatzsucher wir suchen einfach alle Steine die es hier gibt und dann werden wir ja dann werden wir hoffentlich irgendwann mal diesen Schatz finden dann werden wir diese Schatzkarte loswerden vielleicht kriegen wir irgendwo eine zweite Schatzkarte her zur Kirche müssen wir auch noch amerikanische Begehrlichkeiten finden wir jetzt momentan nichts ich hab den Typen jetzt mitgenommen oh sorry kann ich dich einfach ins Gefängnis bringen nein ich will dich mitnehmen da runter da Opfer tragen kann ich dich ins Gefängnis schmeißen als Kannibalen das wäre gar nicht mal schlecht wenn ich dich jetzt erschieße kann ich dich folgern? Nein mir geht's gut kann ich selbst die Justiz machen? wir gehen wir zum Hanging Tree es kann ja nicht so schwer sein erstens diesen Schatz zu finden zweitens mal diesen Typen zu hängen wer verdient hat das ja wer andere Menschen ist, ist nicht unbedingt ja weiß ich nicht ob er ein guter Mensch ist aber er hat genug Geld um sich Munition zu kaufen und äh in einem Revolver und alles mögliche das heißt äh er hat Geld jetzt gehen wir gleich nochmal auf Schatzkarte wir gehen wir zum Hanging Tree irgendwas wird dort schon los sein wir gehen wir auf Schatzkarte Hanging Rock so jetzt würde ich gerne mal wissen na ob ich dich tatsächlich hier aufknüpfen kann auf das Pferd packen bleib mal stehen Pferdchen du erzählst nichts mehr bist du etwa schon tot? ich würde dich gerne aufknüpfen mal Fahre ablegen ich höre auch schon wieder Leute hier rum schießen wozuigte das ist ja ja das ist ja ja tsch ok ja ich weiß gut haben wir euch fix geholfen weil ihr nichts auf der Kette kriegt und jetzt müssen wir äh äh set Schatzkarte Schatzkarte ist immer noch Hanging Rock Theoretisch müsste es eigentlich in diese Richtung sein wir haben links den kleinen Fels und dann den großen rechts den Baum das heißt es müsste theoretisch irgendwo in dieser Richtung gehen aber wo da sind nochmal Steine das passt aber nicht hier ist kein X müssen wir müssen wir ähm den Hanging Rock noch sehen ich weiß es nicht hier sind auch keine Steine oder ist das wirklich da oben wo die ganzen Kakteen stehen das kann natürlich auch sein wir müssen ja irgendwas finden wo Steine sind Steine und ein Kaktus guckt draus ähm das sieht verdächtig aus ist das aber nicht Gibt es hier irgendwas nein hier sind auch keine der Hanging Rock das hier hat man schon abgesucht okay hmmm oh he's getting killed by the end i don't know maybe he's not uh killed it's no problem if you don't like games or uh like to spoiler other people do it it's your fucking problem it's not mine hmmm hmmm wo ist dieser Schatz da kann man sich wieder was anhören ich will den Schatz finden dann nö 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 einfach wieder raus hin ne und dann lassen ich die die machen sie alle die 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 da war schon wieder was macht denn hier die ganze zeit irgendwo muss doch jetzt diese verdammte stein kombination sein durch diesen verdammten die hängste gefunden ja ok wie reitest du denn was bist du für ein amateur ok das wird eh ein überfall ok wir haben das gewehr ausgewählt ja 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 ok haben wir erledigt war jetzt nicht so richtig oh wir haben ein Pferd getötet das ist nicht gut ah Munition Munition die tier die man liability zu hallo, 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 äh, gehst du mal weg? ich fühle es immer noch großer Hanging Rock jetzt ich finde dich Scheiße, dass es jetzt gerade drüber geworden ist Ah, hier sind wir Verdammter Stein Hier oben waren wir ja schon Hier ist auch die falsche Steinkombination Ist sie hier? Aber da waren wir doch auch schon Hier wachsen keine Kakteen Hmm Durch den Busch getroffen Hier häuten Nehmen wir mit Oh, lord Das ist nass Ich weiß So So Du, 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 du Ist das hier drüben? Wenn es wenigstens einen Anhaltspunkt geben würde, wo das sein könnte ein großer stein zwei mittlere stein und ein kleiner stein und nichts dazwischen erledigt ein bisschen übertrieben mit dem gewehr auf eine schlange zu schließen aber ist vollkommen legitim wo könnten diese verdammten scheiß steine sein da sind sie auch nicht das muss doch irgendwo wenigstens dort in der nähe sein wir haben zwar einen großen stein aber keine mittleren steine das muss doch irgendwo sein können wir doch nicht sagen dass das alles blödsinnig ist was ich hier mache hier ist ein großer stein zwei kleine steine oder da oben da haben wir halt schon wieder das ist aber auch echt gar nichts aus oder wo seid ihr diesmal ich sehe euch nicht das heißt ihr könnt nicht allzu sehr bei mir in der nähe sein ist mir egal ich muss diesen verdammten scheiß stein finden das war nur so ein strauch hier gibt es meinen großen stein was macht ihr da dann gehen wir halt doch mal zu euch und dann stürzen wir dort ab und schaffen es einfach nicht dort hoch ja schau sich ja 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 das ist doch der vierte vogel ich sehe keinen vierten vogel ja 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 BAM! Hat aber geklappt und jetzt muss man diesen verdammten scheiß Stein finden. Ich will diesen verdammten scheiß Stein finden. Ich will diesen verdammten scheiß Schatz finden. Ist das vielleicht hier oben? Nein. Ach Dreck! Wo bist du nur? Ich hasse dich du Stein. So. Mal einen Aussichtsplatz schaffen. Bist du da oben vielleicht? Dann würden wir unglaublich weit weg sind von diesem. Irgendwas macht die komische Laute. Ich weiß nur noch nicht. Ist es mein Pferd? Schatzkarte. Schatzkarte. Was ist da auf der Seite? Wir müssen aber den... Eigentlich den... Wenn das richtig aussieht, müssten wir den... Baum rechter Seite haben. und das heißt wir müssten eigentlich unten auf die ebene ist das nein ach das ist doch alles mystisch könnte es das sein cojoten wo ist der stein da ist es nicht oder fehlen die kaktien drin das ist alles sehr konfus irgendwie du bist es nicht bei dir fehlt nicht der kaktus zwischendrin so hier baum rechts hätte ich gedacht dass es hier die eventuell sein könnte aber der ist es ja nicht so brauche ich erst eine schaufel die ich ganz schön übel weil theoretisch müsste es eigentlich hier irgendwo sein weil ich muss ja den stein wahrscheinlich so angucken aber ich habe ich habe keine ahnung wie das hier sein soll weil das wird er ungefähr hinhauen und dann müsste es ja hier sein ist es das ich sehe kein x wo sollst du sein verdammtes x ich verstehe es nicht oder brauche ich tatsächlich erst eine schaufel dafür ich habe ja hier seil graben ich weiß es nicht keine ahnung ich glaube wir müssen wir müssen erst eine schaufel besorgen damit man dort das x sehen kann und überhaupt graben kann das x markiert die stelle aber das x ist ja problematisch weil naja wir haben halt keine möglichkeit an den schatz angekommen das heißt ich denke wir werden bestimmt erst später eine schaufel kommen und dann werden wir auch endlich mal ein bisschen schatz ausklafen können und jetzt reiten wir wunderbar zu diesem lustigen S an der kapelle und schauen mal was der früzi von uns will ich habe ja hier gibt es nicht mehr hier gibt es nicht mehr so So.